Hallo Leon, herzlich willkommen bei uns. Ich bin Ute, die Chefsekretärin, und zeige jetzt, was wir hier machen. So Leon, das ist dein Arbeitsplatz. Du bist fürs Telefon zuständig. Du bist mit der Sprache des Christes schon nach hinten. Tschüss! Hallo? Hallo, hier ist Tofer. Ich möchte Ihr Angebot gerne annehmen. Hallo? Hallo, Saftladen. Also, das funktioniert ja gar nicht. Lauter Verschwerden. Du verstehst ja gar kein Wort Deutsch. Kompiers, bitte. Leon, hast du was gemacht? Leon, du hast der ganzen Firma ein Virus eingepackt. Und nur, weil du nichts verstehst. Ab jetzt wirst du nur noch kopieren, dann kannst du zumindest keine Fehler machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020